Ach, das geht doch so nicht. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warships mit mir, dem Michael Cooper. Und heute zum ersten Mal mit dem Ernst Lindemann28. He, gut, he. So, ja, was spielen wir jetzt? Zu was hast du Lust? Wir spielen Schifferersenken. Ja, das ist mir klar, aber mit welchem Schiffchen. Amst du? Ja. Okay, gut, also ich nehme den Kaiser. Du nimmst den Kaiser, deine Schlachtschiffe. Wie weit bist du eigentlich? Du bist eigentlich da auch schon relativ weit jetzt, ne? Was heißt denn mit weit, was willst du damit? Naja, wie viel Schiffs-IP du brauchst bis zum nächsten Schiffchen. Oh, da brauche ich noch eine ganze Weile. Brauchst du eine ganze Weile. Warte mal, ich gucke mal. Also ich habe jetzt momentan 7.888. Ich gehe mal rein. Ich gucke und bin noch dabei. Ich bräuchte schon noch für die nächste Stufe... Äh, 22. Hm, na ja. Für unsere Zuschauer, der Ernst Dindemann, der spielt das Spiel noch nicht so lange wie ich. Also deswegen ist er noch nicht ganz so weit. So, perfekt. Sagen wir es mal so. Also ich bin eigentlich immer mehr so das Kanonenvater für die anderen. Einer muss es ja sein. Ja, warum immer ich? Können wir uns dann immer irgendeinen anderen raussuchen? Ja, könnte man. So, was nehme ich denn da? Hm, zu was habe ich denn Lust? Ich wollte eigentlich Flugzeugträger, aber da geht dieses manuell abschießen irgendwie bei mir nicht. Entweder die haben das umgestellt. Weil wenn ich da... So weit bin ich ja nicht, da kann ich dir keine Hilfe geben. Ist doch nicht komisch. Puh, 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 puh. Was ist denn das? Weißt du, was ich nicht schlecht finde? Warten. Ich habe gestern gespielt gehabt und ich habe jetzt mein Herbert von, ich glaube irgendwas von sechs, aus dem Kapitänslevel da, von der drei von vier, habe ich einen von 6.000 und oder was weiß ich da, was das da waren wo ich ihn hatte habe ich ihn jetzt auf 888 im letzten Level 4 von 4 also fehlen mir jetzt noch 7 ne ja genau sehr viel bis zur 9000 sprich 8.112 oder sowas ja genau da kannst du dann wieder da kannst du dann wieder weiter skillen also bis zum nächsten Level hast du wieder Punkte dann habe ich ihn voll dann habe ich ihn 4 von 4 und der steigt ja dann dann kannst du wieder höher machen weißt du kannst du wieder mehr auswählen von deinen Skills so jetzt muss ich trotzdem nur überlegen was nehme ich jetzt für ein verkacktes Schiff na äh würdest du was ausmachen wenn ich die König nehmen würde du mir ist das doch scheiße ne weil das eh eine Stufe höher ist ne wie du nö mir ist das Rolle na mach mal solange solange du dich nicht so verhältst wie der komische der vor uns mit dem Spiel war am letzten als ich alleine noch gespielt habe was hat er denn gemacht ah ja so ein Typ da ey ohne Witz ich mach da irgendwie auf geradeaus weißt du so und äh der Typ der fährt nur vor und zurück vor der Insel ne so dann dreht der mal ein und fährt mir voll in die Seite rein und ich bin der Schuldige ich krieg wieder scheiße EP weißt du ich krieg wieder schnell abgezogen in allen möglichen Fickfack da weißt du so und zum Schluss also könnte durchaus sein das ist jetzt irgendwie so rosa auf Kreuze ah Teamkiller er musste gucken da müsste dein Name jetzt oben links auch schon rosa sein du oben links du meinst direkt im Hafen ja nur dein Name oben ganz oben links ne da bin ich ja noch beruhigt ne ne da musst du ihn wirklich umbringen da wirst du dann zum Teamkiller ne das nie aber trotzdem habe ich abgezogen gekriegt ja du kriegst dann Punkte und Kneter ne ja ja das kotzt mich voll an ey wegen so einem Spacken weißt du mal Entschuldigung Entschuldigung für den Ausdruck so eine Dumpfbacke weil ich muss das meine Flaggen wieder einbauen ne ich fahre heute ohne Flaggen ich habe bloß zwei hier drauf achso ja das ist immer wenn man kein Premium hat werden die immer rar ne jetzt habe ich aber mal einen coolen Container gehabt da habe ich wieder Haufen gekriegt ne ich meine jetzt ähm ich habe bloß die Deutschland Flagge drauf achso ne ich meine Signale Mensch ich hau das immer durcheinander Mensch ja nö Signale mache ich euch keine drauf mhm frei IP ja natürlich sehr gut meine Speed Flagge habe ich auch drin Gott bereit das ist nicht wahr kann losgehen dann würde ich sagen ist er auch bereit groovy na bin ich ja mal gespannt was für ein Tierlevel wir sind also was die Gegner sind wo wir stehen ich stehe bestimmt wieder auf der Liste Kanonen vorder ganz unten meinst du ja so oh ne na doch du bist ganz unten na toll geht bis Tier 7 bis Tier 7 du bist Tier 4 das sind ja 3 auseinander ich dachte das wären bloß 2 oh naja du machst ja schon ich vertraue dir da voll und ganz haben die die Matchmaker wieder geändert 5 5 4 Chili das ist der 7 die Pencil Pencil Cola ist doch Tier 7 ne das kann ich jetzt gar nicht sagen naja weil die Kreuzer sind dann manche sind da ziemliche Ballerboden die können das die Normen nicht immer merken 2,1 Kilometer von Junkern ja was ist ich wollte mal einstellen dass ich überall sehe was das für Schiffe sind so ich würde sagen wir fahren hier rechts rechts da saß man auf F3 bis 4 die Insel zu oder was rechts davon nee wir fahren achso F3 bis 4 ja genau dort lang genau richtig also sozusagen durch F3 durch an der Insel vorbei zu den nächsten so so ungefähr aber halt nicht so nah an der Insel nicht dass da hier so ein so ein kleiner Zerstörer rausguckt oder so ein Jakob wie im letzten Spiel was ich vorhin gerade erwähnt hatte zum Vorschein kann hm so wir fahren Maschinen Formation höre dann müsste wir schon sagen welche Geschwindigkeit du fährst ich fahre volle Kanüle wie schnell bist denn du naja ich bin ja bitte schneller schneller als du ich brauche eine Weile bis ich komplett beschleunigt ich habe zwar voll eingestellt aber bin jetzt erst bei kurz vor voll 21 8 ja du hast ja keine Speed Flagge drin ne ne ich hab die drin da bin ich klingst wieder schneller also ich bin jetzt bei 25,3 so ich krieg bloß oder es könnten 23,2 eventuell werden oder bei 23 pegelt er sich ein da ist bei mir Ebbe mehr steht bei mir nicht auf dem Tacho naja ich bin ja bin ja nicht viel schneller so oh da sehen wir schon da sehen wir schon da sehen wir schon da sehen wir schon äh jetzt jetzt habe ich rum geguckt ich hätte den jetzt abschließen können aber da habe ich ja geschlafen wir haben hier jetzt weg der nebelt ein Zerstörung den habe ich bei mir aber die nebeln irgendwie alle kann das sein ja ne das ganze Nebel war da hinten ja da siehst du mal gar nichts machen die Disse oder was da fällt ja bloß noch welchen Wohltestroboskop ja ein bisschen Laser pass auf ich muss mal einlenken scheiße oh da hinten ist schon einer von uns weg ja ah da ist er da ist er zu weit vorgezogen ich habe ich habe geschaut na komm laden was ist rumgezogen was ist los mit mir das war dein kill oder äh ne ok ok und wo wäre ich gebraucht da hinten hintere Ecke ist er versteckt sich gut ich fordere mal nach rechts jetzt jawohl der hat mich ins Visier genommen ja zu schnell gedreht nein 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 oh man das war zu kurz na wieder zu kurz vorgehalten und natürlich wird er komplett verfehlt ja leck mich am Arsch lass mich nicht mit den höheren T-Level die Kreuzer sind da ganz schön eine Ballerbuden manchmal doch Junge das sagt man doch nicht ah verfehlt 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 komm schon 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 dreh ein dreh ein na jetzt dreht der wieder ein ich richte Krise hallo ist hier noch jemand Feuererlaub ich krieg den ich krieg erste Krise ich muss abdrehen ich muss abdrehen komm schon jawohl Achtung da hinten kommt noch einer ja ja ich drehe ich drehe schon weg au 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 ich fache scheiße da sind da sind einige da hinten ich glaube da haben wir voll ins Westmennest gestoffen ja tschüssi li auch Schlachtschiff also ich drehe da erstmal eine Runde ab kurz ja mach ich auch ich pass wieder nicht auf wie ich einlenke ok der kommt gut der kommt gut 8000 ist nicht schlecht oh shit oh man das hasse ich bei den das hasse ich bei den Schlachtschiffen dass die Türme so langsam drehen naja steckst du eigentlich Achter na so nicht wieder jemand aber gut ich habe noch ein anderes Schlachtschiff oh jetzt sind beide recht nah beieinander da hinten komm schon drehe ein drehe ein drehe ein komm die doch oh die Leute 2000 na nie ist long wie sieht es aus ok es geht komm schon drehe rum kühnt euch jetzt sind sie wieder weichreite ich habe eine Minute könnte ich mich nochmal heilen wie sieht es bei dir aus ein bisschen mau im Moment ein bisel also heute nicht wieder zu weit vorgehalten nein komm schon 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 den schnapp ich mir jetzt ich hau erstmal rückwärts gang rein macht oh ja das war gar nicht mal so verkehrt weil da kommt nimmer einer von rechts toll mäßiger schaden Leute macht man nicht so scheiß mit mir hier so das war nix also natürlich umschalten auf abfackeln den schnapp ich mir jetzt oh komm lad hin es ist brennlich nah ab oh oh ja das sieht gut aus ja gut 9000 jawohl ich brenne schon wieder oh Leute irgend erinnert der sich mir nie gezeigt der hat mich voll ins visier genommen ich glaube das kommt aus der nebelwand der ist weg jawohl wo hängst du ach du hängst ja dort auch an der insel ja ich muss versuchen hier wegzukommen aber da kommt ewig nie aus dem knick so hier hinten haben wir was haben wir denn da feines ja wo ist er denn jonge jetzt hör doch mal auf das geht doch so nicht war ich erinnert da ist er immer komm um Ahem. der kommt hin zu mir au aber so ein kreuzer nein ja nicht so ja da habe ich nicht beachtet nein nein wegdrehen das gegnerische team hat die führung übernommen natürlich zitadelle krampe so was sagt man doch nicht tschüss ich kann nicht mehr heilen irgend einer macht mir hier das leben schwer einer oder sind es mehrere scheint einer zu sein ich bin nur weg ich bin nur bei der nein ich war so gut ich glaube das sage ich immer nein ich kann nicht mehr feuer lassen die fackeln mich ab die fackeln mich ab die säcke kommen wir mal eine salve kommen wir mal kommen wir mal an nein 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 kommen 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 nein jetzt bin ich weg du auch sind wir auf gleichzeit weg oder was also ich habe nur gehört das team verlässt sich auf sie ach so da bin ich kurz vor dir also habe ich das spiel überlebt ja da habe ich wohl nicht viel verdient nein ich auch nicht aber ich habe aber neun sechs tausend schaden gemacht schade ja weißt du was da richtig schade daran ist dass ich das 5292 gemacht habe ich habe bloß fünf reffer geliefert ach so ja ja entweder zu weit zu kurz davor oder dahinter na gut geht noch eins ich denke schon na gut aber wie viel sind wir jetzt ach nee wir sind schon über 20 minuten aber die folge tue ich jetzt erstmal beenden weil das spiel war jetzt relativ lang na gut dann ja dann sagte ernst lindemann und tschüss und ich sage auch schüss euer michael cooper und wenn es euch gefallen hat lasst ein like da oder ein abo und wenn nicht karte was es geht 2 4 5 6 10 10